Ich freue mich eigentlich am meisten auf das Essen danach. Der hat erst gestern Bauchschmerzen gehabt und hat Angst, dass er während des Spiels auf Globus und er sagt, er freut sich aufs Essen. Warum, was war los gestern? Wir drei haben sehr, sehr krasse Bauchschmerzen. Ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber er musste sein Geschäft auch... Ey, Digga, was soll die Scheiße, Alter? Was erzählst du, das ist so ein Quatsch, Alter. Das, was er erzählt, sind Märchenlügen. Digga, das ist ja wohl... Auf jeden Fall haben wir Bauchschmerzen, wir sind alle ein bisschen gehandicapt. Soll das ja keine Ausrede sein, vorm Turnier, oder doch? Ja, doch, eingeschoben. Nein, 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 es gibt keine Ausreden. Egal wie, jeder hat ein bisschen Knie, ein bisschen Schulter, ein bisschen das. Wenn wir anfangen zu erzählen, was unsere Probleme sind, dann fangen auch alle anderen an. Wir haben alle keine Probleme, das wird geil.